Das ist der 65mm Mobula 6 mit einer Runcam Light HD Kamera geflogen mit der Radiomaster TX16S Funke und DJI Brille, naja ich meine den TBS Fusion Analog Modul mit dem neuen RX-Pod Adapter in einem schönen schwarzen Aluminium Gehäuse. Das Modul wird an der Seite der DJI Brille gesteckt und kann jederzeit abgemacht werden. Das ist die beste Lösung die ich kenne. Besser als die fest eingebaute Lösung von DigiAdapter wo das Analog Modul immer dran ist. Schließlich ist Analog Fliegen eine Notfalllösung für Woops, da ja normalerweise man zu 90% digital fliegt. Der Stromstecker und Autostecker werden an die Brille angeschlossen und dann kommt der Akkustecker rein. Ein Ein und Aus Schalter befindet sich vorne. Der Schalter schaltet die Brille und das Analog Modul gleichzeitig an. Jetzt aber zu dem Mobula 6 HD der 7 Gramm schwerer ist als der Mobula 6 normale Version. Aber kann auf einer Micro SD Karte in HD aufnehmen. Eigentlich ist der Mobula 6 nicht für draußen gedacht, weil der viel zu klein, zu schwach und zu leicht ist. Also kann man damit nur bei Windstille fliegen. Aber es macht total Spass damit herumzufliegen und alles mögliche zu filmen. Halt wie ein Mini CineWoop. Mobula 6 hat genug Kraft um ein Looping hin zu bekommen, aber das gelingt sehr sehr schwer. Also bleiben wir bei CineWoop Filmerei. Und das ist mega spaßig, der Mobula 6 Quad ist super vom Werk eingestellt. Ich konnte sofort wie hier tief am Boden zwischen den vielen Gräsen auf der Wiese fliegen. Mobula 6 lässt sich super gut steuern, hier im stabilisierten Modus, Angle. Damit kann man tolle Videos aufnehmen. Die Einstellungen sind vom Werk, so dass ich hier nur den Mobula 6 Quad ausgepackt habe, mit dem Radiomaster Funke gebunden habe und sofort losfliegen konnte. Ich musste nicht mal an dem PC dran, nur die Akkus mussten geladen werden. Wer also ein HD Mini CineWoop sucht, dann ist der Mobula 6 vielleicht genau das Richtige für ihn. Mit Sicherheit ist der Mobula 6 nichts für ein FPV Rennen. 7 Gramm extra Gewicht sind einfach zu viel. Für ein Whoop Rennen empfehle ich lieber den Mobula 6 Standard ohne HD, der nur 20 Gramm wiegt und viel besser zu fliegen ist. Kann aber nicht so tolle HD Aufnahmen wie der hier. Also braucht man eigentlich beide Mobula 6 Versionen. Eins zum super gut fliegen und den zweiten für CineWoop Film Aufnahmen. Die Flugzeit von Mobula 6 HD ist ca. 3 Minuten bei laufender HD Aufnahme. Fliegt man aber in der Wohnung ohne Wind und ohne HD Aufnahme, dann kommt man locker auf über 4 Minuten Flugzeit. Viel Spass beim Fliegen. と思います. Bis zum nächsten Mal.